Hallo und Willkommen zu Folge Nr. 16 Ja, könnte sogar die 16 sein Von Crysis Warte mal, schon Folge 16? Ach geil, dann bin ich ja schon fertig für heute Nice Aber ich mach das jetzt hier noch fertig Ähm Was? Wie geil Okay, hier geht's wohl nicht lang Ich würd gern mal ne Granate werfen Geh mal da hin, wo der Nebel ist Das ist immer gut Das ist ein reines Labyrinth, ey Wo müssen wir denn hin? Ja, und da waren wir Freunde Ich geh dann nochmal durch Put Da fliegen die Viecher durch Was ist das hier organisch? Ist das ne Maschine oder wat? Was ist das? Fragen und Fragen und keine Antworten Jedenfalls wissen wir jetzt, worauf sie Was die Koreaner angescheint wollten Soil and State Da sind diese Gene wieder Hologramme? Wo sehen? Komm her Schatzi Und tschüss Ich denk mal, ich soll diese Teile kaputt schießen Wieder Jetzt Hier drüben ist noch einer Noch einer Ja, ich muss in Bewegung bleiben Wo muss ich nur hin? Ich geh mal da lang Lebst du? Also ob der lebt Weiß ich nicht mehr Geht weg Au Was? Boah Fies Wie fies Gut Ich geh mal hier rein Ach nee Von hier kam ich Die sind ekelhaft Die Viecher Noch eine Boah Alter Was? Ein Schlag Da muss ich lang Oh Und tschüss Ich geh hier bloß weg Ich geh die hinter mir Ich geh mal wissen Wie kalt es hier drin ist Das ist wirklich hier so minus 2000 Grad Voller Angst Durch die Nacht Mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Das klingt für mich eher irgendwie Wie eine Stufe größer Von diesen Viechern Das ist doch kein Einsturzgeräusch So Verdammt Es sieht aus als hätten sie draußen irgendwas gesammelt So der ist tot Muni Randgeschosse Das sind unsere Sachen Was macht die denn da? Drüben sind noch mehr Eine Minigun Hey Die Schrot bleibt noch schön bei mir Auf den Minigun Scheißt der Hund drauf Sieht aus wie eine Riesenbrille Da sind noch mehr von diesen Maschinen Aber sie sind anders Was zum Teufel geht hier vor? Ich hab so Angst gerade Das ist nicht mein Horrorgame Störe ich sie bei der Arbeit Moin So Fuck Drecksvieh Frohe Weihnachten! Oh, die schießen! Komm her! Diese Tore sind zeitgesteuert, wie eine Sequenz. Vielleicht komme ich mit dem richtigen Timing durch. Hoffentlich. Ciao! Ich habe nicht mehr viel. Oh, ganz heiß! Wah! He's dead! Ha! Nichts wie durch! Weg, 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 weg! Geh nach Hause! Ah! Hier muss ich rein. Hier kommt's raus. Darin. Ach, nice! Autobahn! Woah! Alter! Wie geil! Boah! Boah! Meine Augen! Boah! Wie nice! Boah! 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 Uah! Energiebahn oder sowas. Ich glaube, wir machen da mal in der nächsten Folge weiter. Oh, Stadtplan. Das ist doch kein... Keine Ahnung, was das ist. Aber gut, hoffentlich sehen wir uns mal in der nächsten Folge. Oh, ein Auto. Können wir noch wunderbar Munition sammeln. Ich brauche Trinkmuni für die Schrot. Wie, voll? Nee, kann nicht sein. Sag ich doch. Gut, sehen wir uns dann mal in der nächsten Folge. Das wird immer abgedreht, der Ei. Ich lebe. Und ich lebe. Untertitelung des ZDF, 2020